Extra scharf mit Süß. Kochtipps auf Live-Radio mit Dominik Süß. Wollt ihr ein bisschen die Kalorien rausfischen aus der Rindsuppe? Vielleicht ein neuer Vorsatz fürs neue Jahr. Falls ihr das wollt, wie es geht, weiß Dominik Süß. Wie kriege ich das Fett aus der Suppe? Also ich habe einmal gelernt, aus einer Suppe, aus einer guten Suppe, müssen immer mehr Augen ausschauen, wie einschauen. Also du meinst die Fettaugen? Die Fettaugen. Super, ja. Das war das Erste, was mein Küchenchef gelernt hat in der Lehre. Weil, wenn ich jetzt sage, ich mag nicht so viele Suppen, oder gerade bei Saucen ist es oft so, bei dunklen Schmarsaucen, dass der Fettfilm dann aufschwimmt, dann nennen wir das Degresieren. Das du mit einem Schöpflöffel, der hat am Rand dann immer so Wölbung, der hat einen Grund, die Wölbung, da fährst du nämlich dann von oben in die Suppe rein und du hast wirklich nur das Fett, das schwimmt ja oben auf, weil das natürlich Fett schwimmt auf und dann kannst du das Fett wirklich so abschöpfen. Zweite Sache wäre natürlich, wenn du das abkühlen lässt, setzt einmal das Fett oben ab, kennt man vielleicht beim Pesto oder so, dann merken wir oben ist das Öl und unten das andere. Okay, also so kriegt man das Fett raus, falls man es will ja, weil wir wissen ja, Fett ist ein Geschmacksträger. Extra scharf mit Süß. Perfekt gekocht in einer Küche von Eilmannsberger. Denn am Ende schreibt man Küche mit E.